Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wurde des Öfteren gefragt, ob ich zum 12-24mm von Sony endlich mal meine Meinung abgeben kann und ich dachte, es macht jetzt Sinn, dieses Video zu drehen, um einfach mal ein bisschen als Review darüber zu sprechen, wie ich das Ganze finde und wie mein Eindruck nach der Benutzung jetzt inzwischen ist. Das 12-24mm von Sony hat hier in diesem Fall die Durchgangsblende 2.8, das heißt, ich kann auf jeder Brennweite auf Blende 2.8 fotografieren. Das hat einen enormen Vorteil, wenn du gerade unterwegs bist, um nachts zu fotografieren. Wenn du also im Low-Light-Bereich sehr viel filmst und fotografierst und brauchst den Weitwinkel-Look, dann ist das ein recht großer Vorteil. Du hast natürlich dadurch ein größeres und schwereres und teureres Objektiv. Das muss dir klar sein, also du schleppst mehr und du zahlst auch mehr, aber wenn du den Look brauchst oder möchtest, dann ist das das Objektiv, was du nehmen solltest. Denn es gibt ja noch dazu das Blende 4 Pendant, was deutlich weniger kostet, kleiner und leichter ist, aber eben nur Durchgangsblende 4 hat. Das Objektiv ist komplett aus Kunststoff gefertigt, ich kann das ja mal so zeigen. Also komplett aus Kunststoff, da findest du nichts aus Metall, außer eben den Bayonett-Anschluss. Der Bayonett-Anschluss hier hinten dran, der ist komplett aus Metall, wie du sehen kannst. Kein USB-C-Anschluss oder dergleichen für ein Firmware-Upgrade. Brauchst du aber auch nicht, denn das Ganze wird in der Regel wie die Kamera gemacht. Du kannst aber hier hinten Filter einschieben, also Polfilter oder ein D-Filter, da gibt es verschiedene Systeme zu kaufen. Die sind nicht ganz günstig, aber immer noch günstiger als ein großes Filterstecksystem für hier vorne zu kaufen. Das sollte man dann einfach überlegen, wenn du es kaufst, ob du sowas dazu brauchst. Ich selbst nutze das zur Zeit noch nicht und hatte nie das Gefühl, dass ich das brauche. Hier vorne hast du eine riesige Linse, eine wirklich wahnsinnig große Glasfront. Ich kann das ja mal so ein bisschen in die Kamera zeigen. Also eine größere Linse, die so gewölbt ist zumindest, hatte ich noch nie in der Hand und habe ich auch noch nie benutzt. Aber natürlich müssen auch bei 12 mm die Blende 2.8 zustande kommen können und physikalisch wird man dann wahrscheinlich so eine große Linsenöffnung dafür brauchen. Ich habe es schon gesagt, 12-24 mm ist der Brennweitenbereich. Das heißt, du hast hier hinten auch den Zoomring, wo du deine Brennweite einstellen kannst. Von 12-24 mm, das ist nahtlos, klicklos, geräuschlos. Und das fasst dich auch gut an. Das geht nicht zu schwer und nicht zu leicht. Das hat wirklich den idealen Widerstand, wenn man jetzt so möchte, für mich und passt also. Was deutlich leichter geht, ist der Fokusring, der manuelle Fokusring. Ja, bei einem Weitwinkel kann man auch noch manuell fokussieren. Und du kannst das Ganze auch zuschalten. Hier an der Seite gibt es die Taste für den Autofokus und den manuellen Fokus. Und der klingt dann so. Und es gibt darüber noch eine Taste, die du frei belegen kannst, mit einer Funktion, die dir wichtig ist. Ich habe jetzt nichts drauf gelegt, weil ich die Kamera so eingestellt habe, dass alles über die Kamera abgerufen werden kann. Aber es wird mit Sicherheit irgendein Case geben, wo man dann auch diese Taste vielleicht braucht. Das Objektiv ist ein G-Master Objektiv. Das ist bei Sony nochmal ein Unterschied zu den G-Objektiven, die quasi nicht ganz die hohe Güte haben der Abbildungsqualität. Aber ich frage mich jetzt nicht, ob das Blende 4er da jetzt weniger abbilden kann oder 61 Megapixel nicht ganz abrufen kann. Ich weiß es nicht. Ich hatte das nicht in der Hand. Und ich weiß nur, dass dieses hier an der A7R5, wie auch an allen anderen Sony-Kameras bei mir wirklich exzellent bisher funktioniert hat und für meine Begriffe auch den vollen Umfang der Megapixel, also der Auflösung des Sensors, abrufen kann. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich wollte noch kurz über das Objektiv sprechen. Denn du hast, wie gesagt, zum einen die Möglichkeit, hier das Ganze so einzustellen und du hast auch eine sehr, würde ich, recht nahe Einstellgrenze. Also man kann damit schon, naja, nicht ganz Makros machen, aber schon in die Richtung Makrofotografie auf jeden Fall gehen. Gerade wenn du jetzt draußen bist und mal Blumen fotografierst oder irgendetwas näher heranholst an die Kamera, hat das natürlich einen sehr, sehr krassen Effekt, wenn das Ganze sehr nahe ist, klein ist, du den Weitwinkellook draufziehst, die Offenblende von 2.8 noch mit dabei benutzt. Das sieht schon sehr speziell aus und kann auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Look erzeugen. Aber du musst natürlich aufpassen, dass du vor allen Dingen mit der Linse hier vorne dran nicht an die Gegenstände heranstößt, denn die Frontlinse fährt vor allen Dingen, wenn du in Richtung 12mm gehst, immer weiter raus. Und das finde ich ein bisschen schade. Und das ist so mein Manko, was ich ein bisschen nur sagen möchte damit. Bei 12mm, die ich eher weniger verwende, außer vielleicht zum Filmen, da fährt der Tubus deutlich weiter rein und die Linse ist sehr gut geschützt. Und wenn ich, und das mache ich ja eigentlich mit einem Weitwinkelsoom, eher in Richtung Weitwinkel gehe, also mehr auf 16 oder 14 oder sogar 12mm, dann siehst du, fährt diese Linse immer weiter heraus. Und hier im letzten Stadium bei den 12mm ist sie auch quasi kaum noch von der Seite zumindest geschützt. Da steht sie sogar ein bisschen über. Und das finde ich nicht so gut, denn wenn du Blüten fotografierst oder irgendwas, was näher dran ist, dann kann es schon passieren, dass du vielleicht versehentlich zu nah dran kommst. Und dann schützt dich quasi diese Querstrebe hier nicht mehr, sondern nur noch die hier vorne und da solltest du einfach ein bisschen aufpassen. Mitgeliefert wird natürlich auch dieser riesige Frontdeckel. Den kannst du drauf machen und der hält auch auf jeder Position. Also so oder so, das ist völlig egal. Du kannst es nicht abziehen, du kannst die aber noch drehen, die Frontkappe. Aber die sollte man auf jeden Fall nicht verlieren, weil das ist keine so eine typische Kappe, die man eben so kaufen kann. Die kostet dann eben auch noch ein bisschen mehr, wenn sie verloren gegangen ist. So, jetzt lasst uns kurz über die Bildqualität sprechen. Das 12-24mm ist ja nun ein Objektiv, was es in diesem Brennweitenbereich bei keinem anderen Hersteller gibt. 12-24 gibt es als Vierer, als Blende 4 Objektiv im Hause Sony. Aber in den anderen, also Canon und Nikon und Fuji, gibt es quasi keine Objektivreihe, die das abbilden kann. Es gibt zwar im Hause Canon noch das 11-24, das ist aber ein Blende 4 Objektiv. Und ja, 12 oder 11mm, das ist auch nochmal ein Unterschied. Man sieht das wirklich von Millimeter zu Millimeter. Du bekommst deutlich mehr auf das Bild. Also selbst der Unterschied zwischen 14 und 12, das ist nochmal schon ein rechtes Stück, was man mehr auf das Bild bekommt. Und in Situationen, wo man der Meinung ist, man möchte alles drauf bekommen auf das Bild, gerade an irgendeinem Berg oder so, oder mit einem See, der riesig ist, weil du gerade davor stehst, dann kann das ein Szenario sein, das sehe ich schon, wo du mit den 12mm vielleicht gerade besser aufgestellt bist, als nur 14 oder 16. Aber natürlich ist das eher die Ausnahme und nicht der Regelfall. Was die Abbildungsleistung angeht, und das wollte ich eigentlich sagen, ist es ein Objektiv, was für meine Begriffe in der Lage ist, die volle Auflösung der Kamera abzurufen. Also ob eine A7 IV, die mich gerade filmt, mit den 33 Megapixeln, oder die A7 R5 mit den 61 Megapixeln, das ist völlig egal. Dieses Objektiv kann tatsächlich die volle Leistung abrufen. Ich habe das Ganze nicht nachgemessen, aber so in der Alltagstauglichkeit, muss ich sagen, sieht das wirklich knacke scharf an. Sieht knacke scharf aus. Was ist heute los? Es sieht knacke scharf aus, Anfangsblende 2.8, und egal in welchem Brennweitenbereich. Und das finde ich sehr besonders, weil das hast du nicht bei jedem Objektiv. Gerade Anfangsblende 2.8, die ist meistens bei den Weitfingelobjektiven sehr vignettiert, sehr an der Mitte nur scharf und am Rand sehr schwammig, sehr unscharf. Wenn ich da an das Tamron 15-30 zurückdenke, was ein sehr gutes Weitwinkelobjektiv ist, das hat aber an meiner Canon R5 nicht so wirklich gut performt. Also hatte ich gerade bei Anfangsblende 2.8 auf 15 Millimetern öfter mal sehr dunkle Ränder, sehr unscharfe Ränder. Und das kann sicher daran liegen, dass ich die Adaption dran hatte, dass es quasi ein EF-Objektiv war, auf den R-Mount quasi draufgemünzt. Kann sicher ein Grund sein, durch den Abstand zum Sensor. Aber dieses Objektiv hier ist kein Vergleich dazu. 15 Millimeter auf Blende 2.18 hier, viel schärfer, viel besser aus, als mit dem Tamron auf der Canon R5 beispielsweise. Und wenn ich in der Landschaftsfotografie unterwegs bin oder in der Architekturfotografie und möchte gerade am Rand auch gute, scharfe Abbildungsqualität haben, vielleicht bei Blende 4 oder Blende 3.2, dann kannst du auch dieses Objektiv nehmen und musst nicht auf eine Festbrennweite zurückgreifen oder musst das Ganze stacken und übereinanderlegen im Computer, sondern das geht schon ab Anfangsblende 2.8 wirklich recht gut. Den einzigen Nachteil, den du hast, ist natürlich bei Anfangsblende 2.8, du hast hier eine Vignettierung, also dieser dunkle Rand um das Bild herum, das hast du auch bei diesem Objektiv, auch in fast jedem Brennweitenbereich und der ist nur marginal, so ein bisschen nur, ja, leicht nur da, aber im Lightroom kannst du das auf jeden Fall recht gut beheben, indem du dann das Ganze rausrechnen lässt. Das mache ich auch nicht bei jedem Bild. Es gibt Fotos oder Motive, wo ich sage, ja, das macht Sinn, hier mal auch drin zu lassen, einfach um den Fokus auf das Zentrum des Bildes zu legen, aber wenn es mich stört, kann ich es rausklicken und dann das ist okay. Und jetzt fragst du dich natürlich, welche Situationen im Alltag dafür sorgen, dass ich unbedingt ein 12mm Objektiv brauche oder ein 12-24mm Zoom Objektiv und bei mir war das vor allen Dingen letztes Jahr die Fotoreihe am Eibsee. Du kennst vielleicht meinen Instagram-Kanal, da habe ich es öfteren auch vom Eibsee letztes Jahr einiges gezeigt oder vom Wagenbrüchsee und egal wo ich war letztes Jahr, als ich dieses Objektiv dabei hatte, habe ich es auf jeden Fall gern benutzt und mein Workaround war eher, dass ich das 24er drauf habe als Festbrennweite und ich muss gestehen, ich habe mich sehr oft dabei ertappt, dass ich eher das 12mm bis 24mm drauf hatte als das 24er war, ich gerade an so einem großen Bergsee vorn noch ein bisschen was zeigen wollte und aber auch die Weitläufigkeit des Sees mit dem Wald am Ende und natürlich den hohen Bergen mit den riesigen Felsen und da bist du sehr schnell bei 24mm, auch bei 20mm finde ich, dann doch schnell limitiert. Ich weiß nicht, wie ein 16-35mm Objektiv sich da verhält, weil da kannst du natürlich bis 35mm hineinzoomen, auch ein guter Vorteil, aber ich war eher glücklich, dass ich auf 14 oder 12mm rauszoomen konnte, weil ich dann im Vordergrund noch ein bisschen was zeigen konnte, quasi die Steine oder Gehölzer, also Dinge, die sich im Vordergrund abspielen, die ich gerne dabei haben möchte im Bild, die konnte ich damit zeigen und das wäre mit Sicherheit mit einem 16-35er schwieriger gewesen. Ich will nicht sagen unmöglich, aber schwieriger wäre es gewesen. Also es macht mir in Situationen, wo ich wenig Platz habe, das Leben deutlich leichter, auch in der Ostsee letztes Jahr, als ich an der Ostsee die Videos gedreht habe, für YouTube hier beispielsweise und auch meine Fotos gemacht habe, da gab es auch zwei, drei Situationen, wo ich froh war, dass ich die 12mm drauf hatte, denn ich konnte beispielsweise einen Baumstamm, den wollte ich unbedingt im gleisenden Sonnenlicht von der Seite noch schön fotografieren, etwas länger belichten und ich wollte den gesamten Stamm drauf haben und ja, ich hätte weiter zurückgehen können, aber dann wäre es nicht dieser Effekt gewesen im Bild, so war dieser Stamm quasi überdimensional, also überproportional größer im Verhältnis und sah dadurch deutlich gewaltiger, deutlich wuchtiger aus, als wenn ich zurückgegangen wäre und wäre ja mit 24 oder 50mm draufgegangen. Das wäre dann auch okay gewesen, aber vom Look wäre es nicht das geworden, was ich mir vorgestellt habe. Demzufolge war ich auch froh, dass ich hier das Weitwinkel drauf hatte, mit den Möglichkeiten eben rauszoomen zu können, obwohl ich sehr nah dran bin und ja, das sind spezielle Fälle, aber für diese Fälle, meiner Meinung nach, lohnt es sich dann eher mal hier anzuschauen, ob man das 1224, 2.8 oder Blende 4 vielleicht mal ausleihen möchte, gerade für den Urlaub oder vielleicht auch mal zulegen möchte. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, ob das Ganze auch eine Kaufempfehlung von mir bekommt und da muss ich ganz entschieden einen Jein geben, denn das 1224 ist nicht das, was ich als erstes einpacke, wenn ich unterwegs bin, wenn ich ja zu Kunden fahre oder wenn ich einfach mal rausgehe, Fotos machen. Das nehme ich so zum Spaß gern mal mit, wenn ich für mich noch Fotos mache und sage, heute möchte ich mal ein bisschen experimentieren, dann kann das schon mal sein, dass ich das 1224 einfach nur mal so drauf mache, aber ich überlege schon vorher, brauche ich das wirklich, also wenn ich Innenraumaufnahmen mache, es sind auch 12mm nicht immer gut geeignet, dann bewege ich mich eher um die 20 bis 24mm und eher nicht auf 12mm. Das hängt noch damit zusammen, dass du dann stürzende Linien hast, du hast krumme, schiefe Wände oder Fenster und da muss man ein bisschen aufpassen, nur dass ich das gesagt habe. Aber für all diejenigen, die Landschaftsfotografie leidenschaftlich machen, die Architekturfotografie leidenschaftlich machen oder vielleicht beruflich, dann kann das schon hier und da eine Rolle spielen, ob du vielleicht weiter rauszoomen kannst als die 16, die du sonst kennst oder 14mm, vielleicht doch die 12mm, weil du eben doch dann noch von dem Wolkenkratzer die Spitze komplett drauf bekommst oder weil du eben an dem Bergsee noch die Steine an der Seite oder im Vordergrund mit drauf bekommst, das kann einen Vorteil tatsächlich abbilden, das sehe ich schon. Aber hier würde ich empfehlen, das Ganze wirklich mal vorher auszuleihen, denn dieses Objektiv, wie auch das Blende 4 Objektiv, das sind keine günstigen Objektive, die kosten dann schon ein bisschen was und dann würde ich, gerade wenn ich auf Reisen bin, für den Urlaub eher mal sowas ausleihen, wenn du jetzt nach Neuseeland fliegst oder nach Norwegen und bist dort mal 2-3 Wochen, dann eher vielleicht ausleihen und nicht die über 2.000 Euro Neupreis ausgeben, sondern vielleicht mit dem Bruchteil davon ausgeliehen, schöne Fotos machen, schöne Bilder bekommen und im Nachhinein, wenn du es doch öfter brauchen möchtest, vielleicht immer noch überlegen, kaufe ich das Ganze oder kaufe ich es nicht und laihe es mir immer nur wieder aus. Also ich habe es nicht bereut, ich für mich nutze es sehr gern, ich benutze es auch gern für kreative Geschichten, also nicht nur für Aufträge oder wo ich sage, hier muss ich jetzt die 12 Millimeter anwenden, sondern auch, um wie gesagt, ja so diese Pseudo-Makros mal zu machen oder auch für die Videografie hier für YouTube finde ich sehr spannend, mit dem Weitwinkel-Zoom vielleicht ein bisschen zu zeigen, wo ich mich eigentlich befinde, von der Wand hinter mir noch ein bisschen mehr zu zeigen und dafür finde ich es für mich in meinem Fall dann schon sehr geeignet, aber das ist natürlich eine Entscheidung, die jede für sich treffen muss, die kann ich niemandem abnehmen, aber mich würde interessieren, ob du dieses Objektiv hast und wenn nicht, ob du es dir kaufen würdest beziehungsweise ob du sagst, hey, ich würde mir das auf jeden Fall für den Urlaub mal ausleihen und dann würde mich auch interessieren, wenn ja, bist du jemand, der sagt, okay, wenn, dann gehe ich aufs ganze 12 Millimeter Fotografie, das muss dann schon sein oder siehst du auch eher, dass man mit so einem 16 bis 35 Millimeter Objektiv vielleicht eher besser flexibler aufgestellt ist, weil du bis 35 noch zoomen kannst oder eher nicht. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare unter dieses Video, ich würde mich sehr darüber freuen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hier, abonniert meinen Kanal, dann verpasst dir kein neues Video mehr und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020